Marcel Schäfer ist ein deutscher Fußballspieler, der seit 2007 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht. Vereinskarriere Im Alter von sechs Jahren fing Schäfer bei seinem Heimatverein SV Eintracht-Straß-Bessenbach mit dem Fußballspielen an und wechselte mit zwölf Jahren zu Viktoria Aschaffenburg. Ernst Tenner, der damalige Jugendkoordinator des TSV 1860 München, fragte ihn 1999 auf dem Länderturnier in Duisburg, ob er sich vorstellen könnte, zu den Löwen zu wechseln. Er lud ihn und seine Familie für fünf Tage kostenlos ein und für Schäfer, der immer schon nach München wollte, war schnell klar, dass er zu den Löwen wechseln würde, obwohl auch Eintracht Frankfurt an ihm interessiert war. So wechselte er 1999 mit 15 Jahren zum TSV 1860 München. Sein damaliger Amateur-Coach und späterer Profitrainer Rainer Maurer schulte ihn vom Mittelfeldspieler zum Verteidiger um. Als 1-7-Jährigem drohte Schäfer wegen eines Kreuzbandrisses das Karriereende. Zur Saison 2003-04 rückte der Außenverteidiger erstmals in den Profikader der 60er. Am 11. Spieltag kam er zu seinem Debüt in der Bundesliga. Er wurde gegen den VfL Bochum in der 89. Minute für Markus Weißenberger eingewechselt. Es blieb der einzige Liga-Einsatz für Schäfer in dieser Saison. In den Folgejahren etablierte sich der Offensivverteidiger und wurde zum Stammspieler. In der Hinrunde der Saison 2006-07 war er der einzige Profi bei den Löwen, der in jedem Spiel auf dem Platz stand. Nachdem dreimal in Folge der Wiederaufstieg verpasst worden war, wechselte er im Juli 2007 wieder in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Dort schaffte er es auf Anhieb, sich durchzusetzen und markierte in seinem ersten VfL-Jahr sechs Treffer in 29 Spielen. Sein erstes Bundesliga-Tor schoss Schäfer am 4. November 2007 beim 3 zu 5 gegen den VfL Bochum. Am 18. Mai 2009 wurde er in Basinghausen zu Niedersachsens Fußballer des Jahres gewählt. Am Ende seines zweiten Jahres bei den Wölfen wurde die Mannschaft erstmals in der Vereinsgeschichte deutscher Meister. Neben Andrea Barzagli und Christian Gentner war Schäfer der einzige VfL-Akteur, der alle Bundesligaspiele bestritt. Insgesamt verpasste er nur 22 Minuten Spielzeit. Auch in den folgenden beiden Spielzeiten blieb Schäfer der konstanteste Stammspieler der Wölfe und verpasste in dieser Zeit nur zwei Ligaspiele. Von Januar bis August 2011 war Schäfer als Nachfolger von Edin Dzeko, der den Verein verlassen hatte, Kapitän des VfL Wolfsburg. Ihm folgte Christian Tresch nach. Im Oktober 2013 verlängerte der VfL Wolfsburg den Vertrag mit Schäfer vorzeitig bis 2017. Schäfer soll anschließend für zunächst zwei Jahre eine Funktion im Verein übernehmen. Nationalmannschaft Am 13. November 2008 wurde er erstmals vom Bundestrainer Joachim Löw für die deutsche Nationalmannschaft für das Freundschaftsspiel gegen England nominiert und gab im Spiel am 19. November 2008 sein Debüt bei der 1-zu-2-Niederlage. Schäfer kam ab der 77. Minute zum Einsatz. Sein erstes Länderspiel von Beginn an absolvierte Schäfer am 29. Mai 2009 gegen China. Es folgten sechs weitere Länderspieleinsätze bis August 2010 für die Fußball-Weltmeisterschaft. 2010 wurde er aber nicht berücksichtigt. Erfolge Deutscher Meister 2009 mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Vizemeister 2015 mit dem VfL Wolfsburg DFB-Pokalsieger 2015 mit dem VfL Wolfsburg DFL's U-Pack-Up Niedersachsens Fußballer des Jahres 2009 Privates Marcel Schäfer ist ledig und hat zwei Söhne und eine Tochter. Sein Vater Markus Schäfer war ebenfalls Fußballprofi. Er absolvierte in der Zeit 1985 bis 1989 für Viktoria Aschaffenburg 80 Spiele in der 2. Bundesliga. 2007 absolvierte er einen 18-monatigen Fernlehrgang im Bereich Sportmanagement. Anschließend belegte er einen Fernlehrgang in der Fachrichtung Sportmarketing. Soziales Engagement Marcel Schäfer hat sich für die Jugendkampagne E-Chance, besser lesen, besser schreiben, des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung engagiert und macht darauf aufmerksam, dass mehr als 7 Millionen Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben können. 3. 6. 7.